Sieh, da steht das Zerholungsheim einer Aktiengesellschaftsgruppe. Morgens gibt es Haferschleim und abends Gerstensuppe. Und die Armen dürfen auch in den Park. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Sie reichen euch manche Almosen hin unter christlichen, frommen Gebet. Sie pflegen die Leide der Möchnerin, denn sie brauchen ja die Proletten. Sie liefern auch einen armen Sarg. Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Gut, das ist der Pfennig. Und wo ist die Mark? Die Mark ist tausend und tausendfach in fremde Taschen geflossen. Die Dividende hat mit viel Krach der Aufsichtsrat beschlossen. Für euch die Brühe, für sie die Mark. Für euch der Pfennig, für sie die Mark. Proleten, fall nicht auf den Spindern rein. Sie schulden euch mehr als sie geben. Sie schulden euch alles, die Länder rein. Die Bergwerke und die Wollefärbe rein. Sie schulden euch Glück und Leben. Nenn, was du trinkst, aber pfeif auf den Quark. Denk an deine Klasse und die Mark stark. Für dich, der Pfennig. Für dich, für dich, die Mark. Für dich, für dich, der Pfennig. Für dich, für dich, die Mark. Pimpfen.